Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich kenne sehr, sehr gut diese Jungen, ich habe immer kontaktiert, hat geholfen, hat die Zeitung geteilt, war ein guter Mensch, hast du niemals nichts gesehen, sauer zu sein. Mir wirklich, wirklich tut mir sehr, sehr leid für die Familie und für die Jungs auch. Ich kann nichts sagen, weil viele Leute sagen, vielleicht ist er Muslim, aber es hat nichts zu tun mit Muslimen. Ich weiß nicht, was passiert. Das ist eine ganz nette Familie. Also ich bin sogar schockiert, dass es aus der Familie kommt. Das hätte ich nicht erwartet. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich nicht mal ruhig geschlafen. Das wäre schlimm. Die waren auch nicht streng religiös. Das auch nicht.